So Leute, herzlich willkommen auf meinem vollhausten Kanal, geht weiter. Es wird gedreht bis der Arzt kommt, die Walzen müssen rennen, rennen, rund um die Uhr. Na, Scherz beiseite, Buchs und Boots, mal schauen, vielleicht gibt es nochmal einen schönen Nachschlag, keine Ahnung. Ja, ist er schon oben in der Ecke. Okay, ist er auch noch okay. Weniger schön, aber alles noch im Rahmen. Oh, da wäre eine Hammer. Könnte ihn noch voll machen? Sehr interessant. Ah, das Spiel ist mega geil, echt. Wenn der knallt, der knallt aus Anlöchern. Ach, natürlich nicht, aber... So. Da oben gesetzt. Nutzlos in der Ecke. Ein bisschen Überblick verloren vom Gewinn her, aber ich glaube, der hat auch diesmal gar nicht mehr schlecht geschmissen. Ja, wie viel hat er jetzt insgesamt? Aber im Block kam wieder 219 Euro. Ihr seht, dieses Spiel ist ja absolut Hammer. Es ist kein Zufall, würde ich mal so sagen. Die Quoten liegen gut in dem Spiel. Auch, man kann da auch ganz gut hoch drauf zocken. Also, auf 1,50 Euro hoher Einsatz ist ganz locker, easy. Ich habe gute Erfahrungen auch gemacht, mit 60 Cent. Und, äh, ja... Er hat sich da schon richtig, richtig ausgekübelt in dem Spiel. Für mich kein Zufall. Ich habe andere Spiele gehabt, die liefern, ich weiß nicht, 20 Minuten direkt durch. No way. Aber das Spiel ist schon sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Man hat, wie gesagt, die beiden Varianten. Einmal mit der El Torero, der Stehenbleibt. Oder auch die Bücher mit den herkömmlichen Symbolen, wie bei Bukovra. Oder wie auch immer. Und, na, ist eine gelungene Abwechslung. Tolles Spiel. Sagen wir mal so. Und da hat sich Bukov was Gutes ausgedacht. Ah, ich bin schon mal wundervoll. vierte mal Decke ist das fast schon unmöglich, ja und drin der Fisch, der Fisch ist drinnen ja und er zappelt noch, okay macht die Marie auf Achtung, die Lady ist auch gut, zweitsteckstes Symbol wenn er reinkommt, dann wird richtig gefeiert, das Ding und in Sache Verlängerung macht er nicht so gerne jetzt habe ich gedacht, ein Dreierauto rein, aber was denn jetzt mal ein Dreier 60er per se die Musik, die macht mich schon richtig bekloppt dabei, da ist ein Dachscharn auf Dauer, das kann ich nicht ziehen jetzt kommt, eine Verlängerung rein da, was denn dabei, Mensch, drin der Fisch Dreh in den Fisch und zappelt noch komm Baby jetzt haben wir den Gans oh, da wird ja ein ganz großer Schmutzlaufer also die Nachgeburt ist übel ja, also die Verlängerung war wirklich nur Schmuck am Nachthemd, oder? komm, oh! oh, zieht doch nochmal, ne? komm ja auf zu singen ach geht es jetzt interessant, Leute? oh oh, ne, war doch nicht voll oh, zwei ne, hab ich schon gewonnen, Alter oh, die Verlängerung war jetzt gar nicht so gut von der Auszahlung her ein bisschen mehr, oh oh heftig, heftig, ey oder der kübelt sich gleich noch aus, man weiß es nicht es ist schon heftig, das Ding ja 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 und ja 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 gut angefangen ich habe schon gedacht der macht jetzt voll, aber naja gibt es doch gar nicht, ist immer noch alles wie eine bratwurst und die verlängerung rein, ich weiß aber trotzdem nicht so gut, aber mal schauen wenn er auf dem tacho steht, ein bisschen überblick verloren das gerät, das ist hammer das ist eine brutale verlängerung aber entscheidendlich immer was auf dem tacho steht das muss ich schon sagen, jetzt geht es dem ende zu ja man kann den spieler natürlich verarschen bzw aufheizen, indem man immer wieder verlängert und trotzdem nichts schmeißt natürlich ist er und dann noch so ein Ding rein, für einen Popo gewinnen, aber egal, trotzdem hat er nicht schlecht geschmissen wenn wir es mal kurz zum abschluss sehen, 223 Euro, das ist super wert, kann man sich nicht beschweren drehen wir nochmal ganz kurz nach aber ich kenne kein spiel, was annähernd solche Summen jetzt geschmissen hat, wüsste ich jetzt nicht also Thoris Hammer war auch mal ganz gut zwischendurch und ein paar andere spiele, aber dieses spiel ist schon ziemlich hier sind wir gerade schon einen schönen Vierhammer, gewünscht von der Lady, aber naja so wechseln wir nochmal das spieler so wechseln wir nochmal das spieler ja so 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 sehen wir nochmal die so so mal war halt, rubies habe ich fast noch nie gezockt das mal mal wie es da so aussieht, wie die Quoten da am Tänzeln sind das mal ich habe es zwischenzeitlich mal gespielt gehabt war ich überhaupt nicht von begeistert aber auch das war's leute wir sehen uns in alter frischer immer schön sauber unten rumbleiben und nicht vergessen zu abonnieren